ja liebe leute ich habe es tatsächlich getan ich habe mir ein kostüm angeschafft auch für mittelalter markt und so weiter es hat mir einfach super gefallen das ist aus der einen videos einer achterbahn ein cosplay aus einer achterbahn tatsächlich und ich trage es doch sehr sehr gerne und natürlich bei allen heiligen männern ja das ist eric menwet der sechste aus der spur des kernen ein fernprojekt was ich als diesen fern der achterbahn der spur des kernen gemacht habe und mir zu weihnachten bestellt habe die krone ist nicht ganz so gut geworden das ist eine aus koko aber mit dem rest kann ich ganz gut leben nur die haarfarbe oh gott oh gott